hallo leute und herzlich willkommen zu einem weiteren video heute spielen wir skywars leider an können weil mein schneiderprogramm kaputt ist dem tdl grüße ihn raus ne und wir gehen jetzt immer gott aller rechte hier hören mich auch hier das headset symbol ist an und an kurz ich glaube das ist nicht so schlimm deswegen auch so wenig videos weil gedacht haben ja ich will einen schon kannten darauf habt ihr schneideprogramm aber ist kaputt gegangen und ja mehr so deutlich dazu und das fkq wird auch noch kommen denn da muss man auf die ausschneiden also ich bin zeit zu holen wenn dann die ganze kommentare auch eingeblendet werden es war wirklich gefreut wie viele kommentare kommen sind ja ist eigentlich schon ich habe also ist schon ein bisschen was was hier müssen da auch schon ein paar kommentare sein wenn ein kommentar hätte ich geheult zehn stunden lang sonst ob dann gibt es als video leute nein so und man die mitte die anderen haben rechte nennen das liegen wir noch hier ich habe nicht einmal den fehler gemacht habe ich dann geboren wollte auch um die anderen rechte haben und dann habe ich einfach damit er ins liegt weil ich dachte wenn wir wenn wir es weg drücken dass man dann ins liegt ja war ein fehl auf jeden fall dass er die mal aufnehmen sollen heute so ganz frisch wir machen vielleicht noch eine zweite runde ein nicht hier zu hartkopf in stein schön dass wir noch die tipps kriegen wir sind safe nicht die erste der mitte damit wenn sie entlang waren haben wir eine brust doch da nrp alle jahren gut 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 zwei gleich nicht schlecht zwei nrp an sind einig ganz ok oh die die hose die haben wir schon ist aber auch egal und ich versuche jetzt der minecraft 1 uhr trailer kommt auch leute erstmal ihr wisst gar nicht wie schwer es ist irgendwie so projekt zu planen denn ihr müsst berechnen das alle leute warte ich muss kurz blockerwurf an machen dass alle leute gleichzeitig auf einer welt sein müssen und ihr wollt natürlich auch oft einen tor haben und das ist ziemlich blöd zu organisieren aber leute für euch war ich hier und nochmal danke für die 380 abonnenten ja 80 ich war eben schon im 90er bereich wir haben die enderpearl nicht haben die enderpearl nicht jetzt müssen wir die skills raushauen nein 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 bitte lass mich einfach in ruhe bitte 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 oh danke no teaming nein äh gerotten essen oh man ah nein 290 bitte bitte nein lass mich in ruhe die 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 mit die die Tag gut bringt hätte ich jetzt unter gestoßen das ist ganz nice texu ist kurze base ich nehme dann auf also ihr hört wie ich aufnehmen so texu rechte krit auch zum ersten zwei und dritten es ist sky was teaming haben wir gerade mal so und beschlossen ist er sehr schön oder kam 290 ab in die mitte kommen 290 muss da sein du bist du koppel ich glaube schon mal nicht möglich kein zahlen das rüber bauen oder ja ich hab blätter baumensch wie ich habe er per am parat das ist gute texu wie ich nehme auch aufnehmen für dich nein 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 warte das kann mir niemals erzählen es kann mir niemand erzählen diese scheiß sprint bugs nein 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 das kann mir niemals erzählen leute gut noch eben zu 290 komm jetzt geh offensiv ran aller machte marien fertig macht deine eltern stolz er macht seine eltern stolz komm lauf ich boos dich nach vorne lauf oh gott auf weit oh direkt ok 290 schnell zum nächsten hier oder hier das geld da ok 290 beruhig dich erst mal ich komm mal kurz wo die andere ist texu ist gerade ein bisschen afghan glaube ich hier war seine base glaube ich ne ich weiß wo texu ist da ist er der olle franz nee das ist ah ok du musst einmal wieder rüber zur mitte 92 und dann musst du darüber 90 schnell kommt auf 10 10 10 warte leute ich weiß extra noch mal hier für euch den pvp extra noch mal den pvp mutten 10 10 10 10 10 10 und wen haben wir hier leonard 2 erweckt auch alle die wwe könige gegeneinander weint nicht feind 290 komm rock das ding da hinten ist der gegner oder da wird auch einen in den middle of life das ist das texu rotexto gerangt kosteineute ich rockin oh werk 290 das biest erweckt einfach alle weg das monstrum auf die univers wo ist der andere jetzt hier der er hat's und tschüss was der beste habe ich gehofft okay jetzt war heute willst kämpfen wird kann nur noch okay die hoffnung wie geht das acht minuten egal kommt 290 kommen musste kämpfen zuschauen was sie du du kämpfst gerade für 180 zuschauen nein für 380 kommen kämpf ab in den ab in den fein ab in den regen korrekt nicht hallo ich will nicht sterben einstellungen und so überfläche dass wir handanzeigen einer hat mich ordentlich damit mitgegeben ok 2 9 das ding gerissen wieder irgendwie wird es noch irgendwie würde sagen 290 ach so nein hey 290 wurde getötet oder ja leonard hat gerissen man hallo so wo ich euch mal die den und den und hat mit noch irgendwas sagen wenn wir noch viele zuschauen 290 so muss noch irgendwas sagen ne ne ist alles gesagt was zu sagen was sagen sollte aber das ist so ne was ist das ist vom video das ist eine positive das ist eine positive wertung da Schaut auch mein 290 vorbei, Darkkiller Und dann lieber Am nächsten Video Gekattet, tschüss